Hey zusammen! Wir wollen euch ja immer so schnell es geht mit den neuesten Infos zu neuen spannenden Geräten versorgen. So wie beim MWC mit dem LG G5 bekommt ihr dann eben auch mal am Dienstag spontan ein Video. Und damit wir da ab sofort flexibler sind und ihr euch immer auf aktuell heißen Scheiß freuen könnt, wird es ab sofort den festen Upload am Montag um 16 Uhr nicht mehr geben. News am Freitag um 16 Uhr und Help am Samstag um 14 Uhr bleiben wie gehabt, sonst werden wir mal Tests, Hands Ons, Unboxings oder auch mal entspannten Talk online stellen, sobald das Video fertig ist. Vor allem werden wir dann noch öfter und regelmäßiger live streamen, egal ob bei YouTube Gaming oder Twitch. Wir sind gespannt auf euer Feedback dazu. Abonniert also auf jeden Fall unsere Social Media Kanäle, damit ihr immer genau wisst, was gerade bei uns so abgeht und wann immer ein neues Video online geht. Freut euch also in Zukunft auf noch mehr Videos mit Jens und mir. Du bist heute sehr aktiv.